Hallöchen meine lieben Leute, ich grüße euch bei Resident Evil 4, weiter geht's. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken was passiert hier ist ein riesengroßes Areal. Leckere Fische hier. So viel Geld. Na gut, es hilft nichts. Gehen wir diesen riesengroßen Fischerhaken hier an. Ich glaube nicht, dass ich den First Try hinkriege. Oh, ich muss aber nur hin. Warte. Ja, der ist ein bisschen größer und ich werde auf die Schmerze rücken. Ich muss jetzt irgendwie das Boot ein bisschen rumsteuern. Jetzt muss ich, na jetzt muss ich diese Quick-Greise machen. Wie war das? Verwinden, kommt er! Geil, heil, heil, heil. Boah, das gelbe Lädd gibt echt nicht viel, ne? Geht durchatmen. Nein, ich glaube nicht, dass ich es in Schaffeln meistens mache. Ich bin da nebengebrochen. Geil. Ich bin da abgeh- Oh! Oh! Idiots! Oh hier! Oh! 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 Okay! Okay! Oh! Diese Blutspritzer, ne? Ah! Oh, gekappt, gekappt! Nein! Nein! Ja! Oder nicht ab! Dinosaurier Ja, die sind so Dinosaurier, oder? Oh, ist er schon wieder weg! Ja! Außenrum! Komm mal rein! B9! Außenrum! Scheiße! Ah! 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 Jo! Nice! Okay! Warte! 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 Oh! Oh! Nicht schon wieder! Oh! Oh! Erster Boss ist tot! Nice! Genau, als ob nichts gewesen wäre, fahr mal weiter, das ist so geil. Dann kann ich viel Bier trinken, endlich. Okay, ich darf speichern, gut, ja bitte, bitte nochmal gut, was kann ich nie nochmal machen? Ja, ich darf nicht. Hmm. Leon it's been six hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Hmm. Can't say. But I'm alright now. I'm going to continue my mission. Gut. Leon. Wieder schon. Endgranate. So, was gibt es hier zu lesen? Ein anonymer Brief. Ein Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Ganz aus der Langen gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien. Aber Vorsicht, der Weg durch die Kirche ist ein Zuckerschlecken. Es gibt dort ein L-Gigante. Sei also auf der Hut. Und was in deinem Körper passiert? Ich würde dir helfen, wenn ich könnte. Aber ich bin überfordert. Irgendjemand? Und wenn ich zu ihm. Und wenn ich zu ihm. Kiste. Ja, ne, leere Kiste. Bin ich den jetzt ja. Ah. Da, da, da. Und dann kann ich da wahrscheinlich lassen. Hin und dann hin. Bis später hin. Und schauen, was ist. Jetzt auf den Weg. Ja, da gehen wir doch mal vorwärts. Wahrscheinlich zogen, Wasserfall. Ich sehe nichts. Ich erinnere mich, die scheiß Wichser. Diese scheiß Wichser kann man ihn ganz schnell umbringen mit so einer Blendgranate. Ich kriege ansonsten relativ viele Munitionen gebrochen. Oh, richtig warm? Ist er immer noch? Komm, gib mir was. Geh mal mit. Okay, rüberpfen. Hüpp, hüpp, hüpp. Hier ist es. Ah, da. Handgranate, okay. Hüpp ich natürlich gerne mit. Hüppmal, noch mal. Ja. Okay, okay, okay. Ja, gehen wir mal runter. Da war's. Ja. Gut, schon mal angeschwächt. Ich muss im Moment einen Scheiß auf mich werken. Hüppchen. Wie oft, dass ich die Falt fertig machen kann. War das ja tot. Ja. Gut, gut, gut. Meldgegner. Da bin ich. Ah, hier war's wahrscheinlich. War wahrscheinlich irgendwas mit den Kisten. Ach jetzt, okay. Ding. Ding. Ähm. Hüpp dir hoch. Aber da scheint's nur ein Fass zu geben. Ich geh erstmal hier rüber. So, da ist noch ein Fass. So. Ah, diese Verarsche immer. Wenn's schon drin ist. So, gibt's ja eigentlich nen Schatz hier. Und. Da. Äh, ja. Ja. Das Wasser wird irgendwie, okay. Okay. Ah, guck mal. Die Höhle hinter dem Wasserfall. Gut, aber ich muss jetzt trotzdem mal schauen. Ja. Das ist die Frage. Ist das in der Mitte, ne? Frage welcher Karte? Mein Gott, wenn ich die, wenn ich die Dinge nie so schnell vergessen würde. Scheiße. Wie viel war'n das jetzt? Keine Ahnung. Ja. bei dir nicht hin. Einmal durchrennen. Durchrennen, durchrennen, durchrennen. Oh shit! Okay, er ist bald umgebracht. War schon mal wichtig. Geht noch einsammeln. Gut, gut. Da ist was. Was ist es? Was ist es? Ein Bernstein. Gucken wir, was es hier immer gibt in der Kiste. Heilung, ja. Oh, warte mal. Da war noch was. Ich muss noch mal nach oben gehen. Was das war, oder? Ich denke mal, ja. Ja, das müsste ich auf dem Rückweg dann einsammeln. Ich bin ja auch in der Kiste. Wellen ist für Pussies. Du hältst die Runde. Irgene, genau. Weg geht auch. Ich habe ein Objekt bekommen, das sich an den Kultgruppen der Insignia wiegt. Wunderbar, Leon. Geh zurück zur Kirche. Ashleys Sicherheit ist unsere allgemeine Priorität. Rot. Steigen wir mal ein. Mhm. Wo bin ich? Äh, ja. Geh nochmal zurück. Ach, die ganzen leckeren Fische hier. Dann könnte ich jetzt meine HP... ...könne so ein Scheiß-Ei fressen. Ich hebe mir die Scheiß-Ei noch auf. Gibt es jetzt einen schnelleren Weg? Gehe ich jetzt einen Umweg? Ja, hier gewesen. Runterlauf. Ja, ich glaube, nimmt sich nicht viel. Keine Ahnung. Ich gehe wahrscheinlich den längeren Weg. Ah, genau, ja. Ah, ist gut, dass ich zurück... Ich habe das auch schon wieder vergessen. Jetzt gerade hier. Hier ist... ...den Spinell... ...den Spinell... Ja, dann könnt ihr schon mal vorspulen, weil so viel passiert jetzt hier nicht. Ich bin mal gespannt auf das Remake, was hier... ...was sie ändern, wie viel sie ändern. Das wird sehr, sehr interessant. Besonders der Scheiß-Boss-Kampf. Aber ich glaube, das ist schon mal der ekligste Boss von allen. ... 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 Das hat gekostet, da muss ich mir gleich noch mal eine Handkommunitionen Da gehe ich mir gleich noch mal ein Erste-Hilfe-Sprick kaufen Scheiße, warum bin ich hier lang gegangen? Oh nein, hier sind noch mehr Oh nein, das ist auch einer so ein komischer... Ah, der hat so roter Augen gehabt, ich dachte, hier kommt wieder dieses... Dieses komische Ding raus aus dem Nischel Genau Ich will jetzt nicht mal die ganzen... ...Konditionen Gibt mir wenn es nen Loot... Wahrscheinlich das einzig Gute jetzt an die Güten Ja, den sehe ich aber Da ist noch einer... Oho... Oho... Was ist da hinter mir oder was? Oho... 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 Da ist er... Oho... Oho... Ich muss mal aufhören hier Darf ich nie noch mehr Ressourcen verschwenden Natürlich funktioniert nie... Oho... Okay... Bisschen verständlich Ein bisschen verständlich, dass die Muni... Äh... Nicht unter... Unter Wasser zündet Vielleicht... Ich bin jetzt schon, aber... Oho... Nein... Oho... Nein, Mann... Wusse, wusse, wusse... Weg... Nein, noch eine... Ich bin eifelig... Ich bin eifelig... Uff... Da sind noch welche... Alter, das kostet so viel... Oh, das hat ordentlich gegeben... Das hat grad ordentlich... Kommt mal hin... Glaube nicht... Okay, es war auf jeden Fall die falsche Entscheidung, glaube ich, hierher lang zu bringen... Noch eh noch... Oh... Pfff... Oh... Oah... Oh... Lass uns... Pfff... Was ist das? Tohle... Ey... geh doch nie zu mir! Ohje... Wir haben jetzt eine ganz gute Brücke gehabt mit den Zielen hier. Dann komm ich hör dich doch. Gut. Kein Loot. Reichheit. So. Oh. Neu da. Schön. Okay. Hätte ich gern hier hin. Du bleibst da. Handgranate, Handgranate. Pumpgun. Ich hab ein paar Eier und das kann ich ja noch kombinieren. Würde ich jetzt nie sagen, dass ich einen... Na gut. Jetzt... Und dann hier. Hundfighter. Jetzt kommt das Änderung. Und dann sind Sie die Leidungen auf den Weg. Im Grunde genommen. Wacht. 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 Ja, moin. Ach, scheiße, hab ich gar nicht mal dran gedacht. Ich muss mal hier, äh. Oh, Heilung. Jetzt renne ich mal. Ich hab graden lassen. Gut, sieh. Ich weiß nicht, wie das hier war. Oh, nicht. Uh. Busser, Busser, Busser. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich denke, was macht da. Was siehst du? Wiesel nicht mal. Doch, zu erzählen. Gut. Das war das Einsame, wenn du so ein Baby gehst. Dann später. Was ist jetzt? Hey, ist der Hund? Vielleicht kannst du mich in den Bäder rennen. Und dann, wenn du so ein Baby gehst. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Das ist nicht so. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Wie war das. Jetzt muss ich wieder hämmern, oder? Oh geil. Oh Hund, ich denke, du siehst mir. Ja, ich denke, du siehst mir. Oh, ich denke, du siehst mir. Oh, ich denke, du siehst mir. Welche Handgranate? Das war zwei. Gut, das hat mich schon mal geärgert. Oh, ich denke, du siehst mir. Okay, meine TMP ist gleich leer. Die mache ich leer und dann habe ich noch Pistolen. Was macht er jetzt? Nee. Nee. Okay, schau. Stirb, er stirb, stirb. Er lebt immer noch. Nee, das... Ach. 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 Ich glaube, mit dem Raketenswerfer ist er glaube ich, Wondscher da, aber das ist ja noch Aber ein bisschen zu einfach. Oh, da ist was. Oh, jetzt sind da... Oh, noch was. Gut. Ja. Gut Leute, ich mache Feierabend. Ich werde mein Inventar aufräumen. Ich werde abspeichern und beim nächsten Mal geht es weiter. Tschö.